Wie ist der Gäste? Was erwartet die Gäste denn heute Abend? Wir können heute Bogen schießen und danach im Restaurant ein leckeres Viergang-Menü zusichnen. Man guckt mit beiden Augen auf euren Daumen. Wir nehmen den Bogen in die linke Hand. Wenn wir so ganz gerade ausstrecken, rutscht uns nachher die Sehne über den Arm und den Dach. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal.